Gesundheitssystem rechtzeitig über mögliche Infektionsherde zu informieren. Wie erfahre ich mein eigenes Risiko? Ich werde von Pandor informiert, sollte ich in den vergangenen Tagen Kontakt zu einer Risikoperson gehabt haben. Wie wird das Gesundheitssystem auf neue Infektionsherde vorbereitet? Indem Pandor die Aufenthaltssorte von Risikopersonen in anonymisierter Form bereitstellt, werden Infektionsherde schnell erkannt und Ärzte sowie Krankenhäuser vor Ort können schnell reagieren. Die Daten und Schnittstellen von Pandor sind offen für andere Anwender, wie zum Beispiel Diagnose-Apps, Gesundheitsämter und zur Präzision von Modellen für den zukünftigen Verlauf der Virusausbreitung. Es fühlt sich einfach gut an, dass wir Techies und Kreativen gemeinsam in so kurzer Zeit sowas leisten können, um der Pandemie irgendwas entgegenzusetzen. Und das, was wir da geschaffen haben, das fühlt sich gut an und ich glaube, das hat echt eine Chance, der Eindämmung deutlich unter die Arme zu greifen.